Kannst du meine Handy packen? 16 Jahre haben sie Zeit, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Und da sind jemand noch nicht auf Toilette gewesen. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Lutze. Und dann heute haben wir einen Gruß der Woche, der geht an, ne? Shirin, schön, dass du da warst. Hallo Shirin, guckst du wieder? Ja, schön, dass du die Sendung mitgemacht hast, sah richtig gut aus. Und ich denke mal, irgendwann, irgendwo sehen wir uns wieder. Mach da mal ein schönes Thema und dann haben wir wieder was für die Sendung. Genau, vielleicht kriegt ihr das ja mal hin. So, Bürgermeistersprechstunde war gewesen am Samstag. Und Matze ist hingegangen, weil er mal mit dem Bürgermeister sprechen wollte. Na klar, jetzt liegen ja die Listen aus. Das Thema heißt ja Sandpisten und Erschließungsbeiträge für Straßen, die eigentlich schon längst da sind und befahren werden. Auch wenn sie aus Sand sind, da liegt schon Abwasser drunter, Strom ist da. Und dann kommen aber nochmal die vollen Straßen Ausbaubeiträge drauf. Im Moment bin ich da gerade selber betroffen und auch ein wenig ungehalten gegenüber der Ansagen vorher und was hinterher passiert. Und dass man dann am Ende tausende Euro mehr zahlen muss als vorhergesehen, ist natürlich ein Ding. Und damit das auch anderen Leuten nicht passiert, dass sie hier in irgendwelche finanziellen Fallen tappen, gibt es die Bürgermeistersprechstunde im November und Dezember. Und auch im nächsten Jahr gibt es nochmal Termine, wo man sich dort in den Listen zur Volksinitiative, zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eintragen kann. Macht das bitte, nehmt die Chance wahr, mitgestalten und es geht um unser aller Geld. Ansonsten kann man sich auch die Unterlagen zuschicken lassen über sandpisten.de slash eintragen. Möchtest du den Link noch hier unten, möchtest du nicht, aber machst du noch, danke. Und ja, Volksinitiative, einfach mal mitmachen. In Sachsen ist das schon längst abgeschafft, dieser Straßenausbau-Mist. Ja, hier ist aber nicht Sachsen, wir sind hier in Brandenburg und das ist was anderes hier. Wir können auch kein Sex, oder? Ja, wir haben auch wollen, können wir mit deiner Nachbar-Nacht-Umbau anfangen. Gögel, 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 Hans-Grade-Verein. Da geht es gleich weiter, die sind am Samstag dran. Jetzt haben wir schon wochenlang nur berichtet, dass das passiert, jetzt ist es soweit, Samstag. Genau, da kommen sie mit der Liebelle, bringen die auf den Marktplatz, kann man sich angucken. Und natürlich auch das Auto von Rudi Lappöhn, wenn alles glatt geht. Und wenn es nicht glatt geht und es anfängt zu regnen, fändet es trotzdem statt. Dann bringt ihr bitte erstmal einen Regenschirm mit. Das ist eine gute Idee. Und dann steht der Flieger im Gerätehaus der Feuerwehr. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem. Auch wenn es ist, es regnet es kurz, alle bleiben zu Hause, trauen sich nicht mehr raus. Nein, es ist auch für einen trockenen Unterstand des Fliegers gesorgt. Genau, und weil du pfiffige Köpfchen bist, hast du dir sogar gemerkt, wann es losgeht. Ja, 14 Uhr. Ja, 14 Uhr. Bis 17 Uhr ungefähr, ne? Ungefähr. Bis finster wird. Guck mal, jetzt ist es, guck mal hier, 17.11 Uhr. Jeden Tag zwei Minuten früher dunkel, also auch am Samstag ist es noch hell um 17 Uhr. Ja, und wird leibliche, so wohl ist auch gesorgt. Da ist ein Futterhaus in der Nähe und da gibt es Futter. Jawohl. So, und dann gibt es noch eine Information, die bei uns zu sehen war bei Facebook. Und zwar hat unser Dorf angeblich Zukunft. Das heißt, die hat Zukunft. Da gab es einen Wettbewerb und da hat Borgheide den dritten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Borgheide. Ja, war eine Veranstaltung in Neuse-Dien. Du hast die Fotos gemacht? Warst du da? Ich wusste nicht, dass es eine Veranstaltung ist in Neuse-Dien. Nö, ich auch nicht. Okay, naja, gut. Ja, ich hatte Fotos gemacht. Naja, gut. Dritten Platz. Hätte schlimmer kommen können. Von fünf. Von fünf. Warst du fünf? Ich glaube, ja. Gut. Ja. Kalender. Genau, Kalender. Guck mal. Du hast ja schon mal Werbung gemacht für deinen Kalender. Genau. Und jetzt, das Bild kennen ja alle schon, ne? Ja, sieht man es hier. Ja, ich weiß noch ein bisschen aus dem Licht. Sieht man nicht, ja. So, ja, so sieht es aus. Und dann hat der Lutz natürlich, habt ihr ja schon so ein bisschen vorbereitet, den Kalender. Kann man schon, soll ich mal, willst du ja keinem die Fotos zeigen? Guck mal da. Januf, Februar, März, April. Und ich glaube, im Juli merken die Leute dann, was sie gemacht hat. Das ist das sechste Mal umgeblätterteile. Weißer Adler auf Weißenbrot. Brandenburg. Ja, wir haben natürlich schon mal einen Test, aber wir, ich habe einen Testkalender gemacht, weil ich will euch ja keinen Müll verkaufen. Und ich bin ganz zufrieden. Ist nichts drauf? Ist alles schwarz? Doch, doch, da ist was drauf. Das ist geil. Nein, das kannst du ja in jedem Monat aufmachen. Aber da ist keine Schokolade drin. Das ist kein Adventskalender. Also gibt es keine Süßigkeiten. Aber kann man sich angucken und hinhängen, denke ich mal. Und jetzt wackelt die Kamera. Jetzt habe ich eine Idee für einen Adventskalender. Wir machen einen Adventskalender mit 24 Türchen. Und dann machen wir in jede Türchen einen Namen rein von irgendjemandem, den wir kennen. Und an dem Tag gehen wir da hin und Kaffee trinken. Ja. Oder so. Oder Likörchen. Da kriegen wir hin. Wir brauchen ja nur 24 Leute, oder? Ja. Wo wir uns einladen. Jeden Tag. Na, dann musst du nicht arbeiten im Dezember, nee, ne? Ja, nachmittags nicht. Na, ach, dann geht das. Okay. Also wer macht mit? Ihr werdet schon sehen, wann ihr dran seid. So. Wann hast du am Wochenende gemacht? Ich? Ja. Ausbau. Ich habe ein bisschen Fliesen gelegt. Fliesen gelegt. Da hast du dir so Fliesen vor und zurück gelegt. Darf man denn am Wochenende arbeiten? Na, ist doch leise. Stille Beschäftigung. Das war eine stille Treppe, war das. Ja, ich war mal wieder beim Fußball gewesen. War ein bisschen kühl draußen. Mir haben die Finger gefroren. Und Borgheide hat 1 zu 4 gegen SVM Poa Schenkenberg 2 verloren. Leider. Erste Halbzeit war ganz gut. Da habe ich mir ja fast ausgerechnet, dass es besser wird. Aber sollte nicht sein. Mal sieht man das hier so. Das sind Fliesen. Das hat da mit Fußball aber jetzt nichts zu tun. Das ist doch kein Fußballplatz. Wir könnten mal einen Fußballplatz Fliesen legen. Und nächste Spiel ist wieder außerhalb. Nicht hier in Borgheide. Nächstes Mal kommt es mal wieder mit. Wenn ich meine Baustelle fertig habe. Wir gucken mal. Als nächstes ist noch Pflaster liegen drin. Gut. Und schon haben wir uns wieder um die Zeit geplappert hier. Das kriegen wir mal gut hin, oder? Viel erzählen, nichts sagen. Wir haben auch keine Außenfilme heute. Wir haben auch nicht viel. Das ist halt so. Das Fliegerheim hat noch zu. Ab nächste Woche sind sie wieder offen. Ja, das wird ja auch. Aber dann, sage ich dir. Dann gehen wir da mal hin. So, und jetzt kannst du noch mal den Hochsommer ansagen. Der Hochsommer zum Mittwoch. Das sind ja fast sommerliche Temperaturen. Aber es klappt nicht ganz. Also diverse Vorhersagen gehen ja teilweise bis zu 21 Grad hoch. Mal gucken. Aber einen kleinen wärmetechnischen Anstieg wir mal haben. Komischerweise kommt auch eine Regenwahrscheinlichkeit dazu. Und das ab Mittwoch sogar bis Samstag. Aber diese Werte rechts außen, 0,X Liter pro Quadratmeter. Zieht jetzt nicht, ne? Nein, der größere Regen zieht zur Zeit dann an der Ostsee lang. Na gut. Regengebiet. Also wir sind missbraucht. Also nass genug ist es ja hier eigentlich. Ja. Aber nachts wird es dann wieder ein bisschen kälter Richtung Wochenende. Aber wir sind ja auch mitten im Herbst. Ist ja auch nicht so schlimm. Nachts ist es immer kälter als draußen. Ja. Gut. So, das war es mal wieder. Kurz und knapp. Mal gucken, was jetzt noch so kommt zum Jahresende. Was war Weihnachtsmarkt? Vielleicht machen wir mal einen Glühweinabend. Hat man lange nicht mehr. Ja, BNTV muss ja sich... Wir haben das schon fast vergessen, dass es sowas mal gab. Sowas gab es mal, ne? Oder Geburtstagspartys oder sowas. Ja, wir planen noch einen Glühweinabend. Wir planen erst mal. Wir planen erst mal. Wir melden uns, wenn es soweit ist. Für den November. Genau. Mittendrin, wenn es los ist. Wenn der triste November ist, machen wir mitten rein irgendwann mal so ein... Eine Lichterparty. Glas Glühwein auf. Okay. Gut. Das war es. Wie immer hier vor der Kamera. Macht's ja. Lutze. Und tschüss. 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 Wie, wie ****. Untertitelung des ZDF, 2020